Lady's Night Natursekt unter Frauen Was bereits im Taxi als aufregender Vorsatz begann, wird im Schlafzimmer heiß und nass in die Tat umgesetzt. Lenas Outing ihrer Fetischvorliebe für prickelnden Natursekt wird von ihrer geliebten Freundin Viviane sogar offener aufgenommen als erhofft. So steht der verliebt-erotischen Nacht zu zweit ganz sicher nichts mehr im Wege. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de